Sales Ranking Tools sind leistungsstarke Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Verkaufsleistung präzise zu überwarten und zu optimieren. Sie bieten detaillierte Einblicke in Verkaufsdaten. Hierfür öffnen wir die Squares Team App und scrollen einmal nach unten zum zweiten Punkt Docs und Links. Dies dient zur Übersicht über die Provision, die jeder Vertriebler bei erfolgreichem Kaufabschluss erhält. Nun finden wir unten den Provision Calculator, Werkzeug zur Berechnung der individuellen Provision basierend auf den getätigten Verkäufen. Ein Punkt weiter finden wir den Squares Coin Price Calculator. Er ist ein Kalkulator zur Bestimmung des aktuellen Preises von Squares Coins.